hallöchen meine lieben und einen wunderschönen ich habe zumindest sonntag ja es geht darum die gewinner für die beiden süßen hier auszulosen genau und zwar diejenigen die mein spinnvideo verfolgt haben haben zwischendurch das gewinnspiel entdeckt und mitgemacht vielen lieben dank dafür genau regeln hatte ich schon unter das video geschrieben dass ihr mindestens 18 sein sollte in deutschland wohnt und ja andere sache habe im video erwähnt genau ja folgendet diese beiden gewinne werde ich wir wie heißt die funktion bei der post einschreiben einschreiben danke gehören dass du doch noch mitmachst bei einschreiben dann rausschicken und jawohl erstmal zum zeigen die leute haben mitgemacht team hase team schildkröte jawohl waren jetzt nicht also ich dachte die party machen wir jetzt hier gleich und sofort und weitere vorgehen wenn ich jetzt eure namens hier bitte ich euch die folgende angeblendete e mail adresse mir eine nachricht zu schreiben und zwar mit eurem youtube namen einmal drin juli juli ich habe bei dir gewonnen gebrandet den kete ich werde hier weitere vorgehen dann zurück schreiben eine kleine sache ist da noch zu machen so eine antwort kommentar dann unter dieses video und dann werde ich den nächsten möglichen zeitpunkt nutzen zur post zu eilen und dir dein gewinn zukommen lassen ja tada judy fangen wir mit den mit den grünen an grünen die hoffnung stirbt zuletzt eine minimo ich nehme die mitte wollen wir noch mal sehen bitte lutschen die besonnen ja liebe liebe sonja das freut mich du hast die kleine kritik gewonnen ich freue mich für dich sehr schön sehr schön werde ich gleich mal hier pass auf immer rectet ich werde dich so ran klipsen und nichts kaputt machen genau zur kontrolle sandras diamond war auch noch mit in dem lostopf schade tut mir leid genau sollte ich jetzt die sonja noch mal ziehen werde ich natürlich weiter ziehen weil hatte ja schon in dem spinnen video sagt jeder kann nur einmal gewinnen also gucken wir mal hier rein ach das auch schön da freue ich mich lieber alexandra du kommentiert auch immer so lieb und nett und reichhaltig du hast hasi gewonnen schön meine lieben pack jetzt die anderen noch mit aus dass er sehen könnt okay dass du doch alle tier mit rechten dingen zu geht ach meine liebe andrea da ist die sonja noch mal gewesen wäre sie und die regina ja schön ich freue mich ich freue mich ich freue mich wie gesagt an ich blende noch mal ein folgende e mail adresse bitte eine kurze nachricht an mich und ja alles weitere schreibe ich euch dann zurück ich freue mich und sage noch mal danke dass ihr teilgenommen habt und auch danke an alle meine anderen abonnenten ähm ja wird sicherlich nicht das letzte mal sein jutz die dann wünsche ich euch allen ähm ne gut sonntag wird es wahrscheinlich nicht mehr hochkommen aber vielleicht ja doch wenn ja dann wünsche ich euch einen schönen sonntag ansonsten noch einen wunderschönen tag bleibt mir gesund fröhlich hörnchen aufrecht und bitte die beiden äh sonja und alexandra äh bitte innerhalb einer woche melden ansonsten werde ich noch mal neue auslosen jutz die bis dahin 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 bis dah